Es sollte das größte aller Comebacks sein. Doch Sebastian Hackels Hoffnungen wurden prompt zunichte gemacht. Und in den folgenden Monaten nutzte Axel Tischer jede Gelegenheit, um Hackel zu veralbern. Ganz, ganz wichtig, du bist ein Möchtegern. Und nachdem Hackel zwei Einzelsieger errungen hatte, forderte der X-Men ihn heraus. Drei gegen drei Tag-Tamatch. Such dir zwei Freunde, die du dir bestimmt in den Zwei-Shows gemacht hast. Und ich such mir zwei Partner. Und dann lasse ich es krachen. Damit war die Bühne bereitet. Axel Tischer, du hast mich aus dem Shortcut-Match geworfen. Du warst an diesem Abend der bessere Mann. Muss ich akzeptieren. Was ich nicht hinnehmen werde, sind deine konstanten Respektlosigkeiten. Dann eben drei gegen drei. Twenty-third anniversary. Du willst kein Einzelmatch? Okay, aber sei dir einer Sache bewusst. Meine Faust findet dein Gesicht. Darauf kannst du Gift nehmen. Ich bin dein Gesicht.!!!!!